natürlich schon mal okay jetzt könnte in achtung kommen wir können wir hier hochklappen ja wahrscheinlich mit anderen machen wir nicht so schnell ich schiebe einfach mal so jetzt auf diese plattform oder was oh mein gott ich habe sie nicht mehr gesehen so ich habe ja mal raus daran hängen okay nein oh mein gott wo bin ich denn jetzt schon wieder ich bin schon wieder ich sehe mich nicht mehr okay so machen wir die scheiße wo zu springen auf die plattform machen wir einfach gleich hoch man kann die ganze zeit so ein unsinn aber jetzt nicht mehr okay einer von uns springt ist bitte als erstes erst mal rüber schießen und gucken dass wir vielleicht den typen da drüben erwischen der hier sind wir drum schießt weil es ist okay wer springt zuerst auch was ja so macht man das nämlich hier ja wie soll ich jetzt machen wir habt ihr euch das vorgestellt ich habe keine ahnung soll ich mal ein bisschen okay ich weiß nicht wie aber ich bin ich bin ich bin ich so hoch bin ich so bin ich so hoch was 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 nicht raus scrollen oh mein gott wie wir das video gemacht habt okay wenn das jetzt hier kein checkman ist dann wäre ich langsam echt zäubig naja nein gibt es ja ich habe ich habe ich gehe vor ich gehe vor ich gehe vor ich gehe vor oh nein oh nein scheiße dieser kackhund sehr gut oh nein oh nein oh nein oh nein ich kaste mir gerade einfach nur ein na klar da trifft er mich natürlich ist es ich will nicht mehr mami ich weiß aber ich mache jetzt platt oder kopf er dieses spiel machen eine rechte habe ich okay und jetzt jetzt müssen wir da drüben rein oh gott ja genau erst mal die wunde ich will schon was passiert jetzt das ist auf jeden fall kein check mein gott drauf bitte und jetzt ja oder auch mal nicht okay ich hab noch zwei jetzt wollen double jump halt einfach nur so raus das muss man auch mal ganz sagen ja 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 oh mein gott ja das war so ganz schön ist das ach ich mach mir jetzt einfach mal die video und abzuschießen warum ach nein da sind wir noch schon mal in dem leben boss ha ach na vielleicht hätte ich mir die müde doch mal so ein bisschen ich wollte es gerade sagen zumindest den sniper dort unten der geht mir nämlich gerade ganz schön auf den kranz das ist ja jetzt hier so ein alter Hut ha hoch und runterklappern um so schüssen auszuweilen die schnauze also du weißt ganz genau was nach so einem trash talk passiert wasser dass der hubschrauber platt geht etwa nee ich denke ja jetzt geht's knallhart in den arsch ich hätte zugelacht wenn ich der schirm mitgenommen hätte ich kann mir auch vorstellen dass man von dem schirm sogar damage kriegt auf jeden einfach nur was geil ist alter wie viele hitpoints hat denn dieser kacken hubschrauber so ok wir gehen einfach weiter wir gehen einfach weiter wir gehen einfach weiter das sind mir einfach alles egal was ihr macht er sieht vielleicht die dumme variante oh mein gott wie soll ich ihn denn machen wie stellt er sich denn das vor der kann nur gerade ausschließen so wichtig zu sagen aha aber ich muss trotzdem so bisschen hoch und runter wegen dem idioten hast du ein glück was da würde ich aufpassen das war jetzt einfach zu viel zeug ok wenn da jetzt kein ich würde sagen bei dem los waren ja es ließte mhm hinlegen 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 ich freu die waffe holen fügt dich ach du ich habe natürlich noch schön nach dem letzten schuss gebückt du bist nicht öfter habe ich gehört vorsicht obacht genau es geht wieder der scheiß los ja es ist vorsicht halt echt super sinnlos ok wir müssen ihn wegschießen und dann können wir ihn wegschießen perfekt also perfekt nein 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 das gibt's doch nicht dieses spiel ist so zum kotzen schön dass du das jetzt erst merkst es nervt ok wir wissen wie die taktik ist nicht also hier an den rand bitte und einfach einfach klettern kommt mit auf meine höhe und wir klettern einfach hoch wir klettern jetzt einfach hoch wir klettern einfach hoch das funktioniert wunderbar ich bin viel schneller als du da war ich kurz angehalten haben ach geil die haben sie einfach mal gegenseitig weggeschossen wir klettern einfach hoch einfach weiter so einer geht runter macht den sniper platt kommst du ein bisschen mit runter bitte gut einmal kommt den sniper geplättet ok und jetzt hoch und jetzt ihn wegschießen bitte genau so dann müsste man doch gehen er ist eigentlich auch nein scheiße nein fuck und dann fällt man halt hier gleich runter ja na klar das ist ja das lustige an solchen hast du die außen und wir klettern wieder einfach weiter äh ja klettern wir einfach weiter diese sniper das ist halt ok und jetzt kommt der nächste und ich schieße schon mal ja kann doch jetzt nicht allzu lange dauern weiter 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 und ein bisschen hoch genau runter das war's doch und wir klappen einfach weiter würde ich sagen jo das ist doch nur wir machen diese Taktik einfach weiter oh kass oh ok Alter dieses Spiel macht mich einfach nur fertig es ist echt super anstrengend mach jetzt nicht oh nein ach komm John nicht mehr noch mehr Augenkrebs ey ich glaube ich müsste nach wenn wir das Spiel durch haben dann muss ich erstmal Achtung was 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 genau das oh doch es heißt jetzt nämlich schön von Rakete zu Rakete genau das ist es was ich meine Leute jetzt geht eigentlich nur noch der Boss der jetzt gleich kommt das ist doch nichts für mich das ist doch nichts für mich das ist doch nichts für mich das ist echt super anstrengend ich wies schon wie die ganze Leben von ihr und weiß nicht hinkriegen ich krieg's doch hin aber so einigermaßen nein da hab ich gesagt es ist einfach nur hey das Spiel macht mich gerade total fertig ich hab verkackt das Problem ist jetzt auch echt einfach die Übersicht zu ver- äh behalten ich häng noch dran ich häng noch dran nein wow 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 nein nein bitte bitte geh dort einfach rein geh dort einfach rein geh dort einfach rein oh dieser random Hund der natürlich erstmal kommen muss nur um dich anzuficken oh was hab ich ich hab hier so ein Hirni ok ok so das geht natürlich dann auch von vorne ja jetzt stirb du scheiße oh nein Achtung ok was ist das schon wieder Achtung da kommt ein Schuss und abgewehrt ach man kann die einfach zurückknallen damit richtig na das ist ja noch geiler wo ist ich komm da nicht ran na mit diesem B wenn ihr das richtig times dann ok wie komm ich jetzt da rüber ohne da oben Schaden zu nehmen zum Beispiel so oh so nicht geht doch mal bitte sorry warte ich komm ah ok sorry ich hab jetzt hier selbst die Übersicht verloren kommst du mit hoch? gut so war der Plan das ist doch jetzt nicht dein Ernst alter warte 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 ich komm mit hoch sorry 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 du machst mich alle ohne Scheiß sorry es tut mir leid nein das ist gar kein Balken in der Mitte das war gar kein Balken in der Mitte das war gar kein Balken in der Mitte das war dann übrigens auch mein letztes Leben nein und bei mir ich hab auch noch was? was war denn bitte das? was? was? dieses Spiel ist so geil komm wir spawnen den einfach mal direkt in der Luft und ich weiß doch wo es los geht vor den Helikoptern ja also kein Problem so wenn jetzt die Waffe kommt dann ich hab mich spontan entschlossen die mal mitzunehmen ich will dieses Raketending nicht mehr haben äh dieses Raketending war schon wieder viel zu kacken okay so jetzt kennst du übrigens bei dem Zeugen schelfen ach ich bin ein dämlicher Idiot so jetzt kommt der random Hund oh fuck und wie ich mit einsage mit einsage auch der zweite random Hund oh nee okay wir kennen die Taktik wir kennen die Taktik warte bitte auf mich danke und los geht's und hab die Luzi äh wir können den Sniper wenn man jetzt hier oben so äh gleich direkt direkt wegschießen genau einfach da ist auch schon und schön den Sniper weg und wir bleiben einfach hier und schießen auf den Helikopter mhm vielleicht schaffen wir ja auch bevor es ja auch so richtig große machen kann okay guck's ausweichen ausweichen und das geht auch entspannt und weiter hoch damit was man halt so ähm Freitagabend haha was weiter hoch damit ne ich meine so so wende hoch weiter Achtung Achtung ja sehr gut Dankeschön dass du mich noch hast leben lassen hoch runter das hat sich an wie ein schlechter Cheatcode wir hätten die Konami Code ja nicht mal ausprobieren sein ha? setz mich dann mal so auf Achtung random Mund random Mund ne komm jetzt erst ne kommt gar nicht so hier war jetzt doch irgendwas genau jetzt war doch hier das dir geht so kaputt der linke zuerst ja und dann ne ja ne sag ich doch jetzt kommen nämlich die Raketen ok ok wir sind also jetzt hier auf ok vorbeigesprungen danke alles ok Raketen ich ahne echt dass dieser Boss wird der Level Boss wird auf Raketen sein ich sehe das kommen ich sag dir das jetzt mit Ansage echt du sagst du mir das jetzt mit Ansage ich sag dir das mit Ansage das wird genau wie bei Kontra 4 nein nein ich hab's verkackt genau so wird diese Scheiße sein ey das schöne ist einfach dass man doch einfach nicht sieht wo man ist ok wir können jetzt hier einfach reinklettern ja jetzt kommt der random Mund genau ah in your face noch einer noch einer ne jetzt kommt dieses doch und jetzt kommt die Raketenwerfer will ich nicht haben wow ok ich auch nicht mehr ich bin so schlecht in diesem Spiel ohne Scheiß ok jetzt geht das wieder los ich hab ich hab ich hab jetzt gesehen wie ich den wie ich erst den einen kaputt gemacht hab und dann den anderen zurückgeboxt dann gibt's da Slow Mo ne ich hab gerade eben wieder auf deine Figur gekuckt oh mein Gott du musst du hier ich muss jetzt wieder hier aufpassen oder Achtung warte 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 scroll mich jetzt nicht raus ok ok einfach weil du kannst ja naja nein 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 ich bin gestorben mann übrigens auch von unten ja so jetzt lässt du mich bitte leben Dankeschön so und wie geht's denn jetzt weiter ok können wir hier hochladen ja warum immer die also weil hier eine Gieberjahre ist ok dann sprung wo war das hier ok wir sehen das dass wir die so von schräg unten aufwischen können ich bringe das vor noch eins hoch oh nein 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 fuck sorry 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 oh mein Gott an die Wand an die Wand an die Wand scheiße es ist mir leid das ist wieder mein Fehler ok bleiben aber ich schieb den da ab ok warte lassen wir jetzt versuchen dort irgendwie hinzukommen ungefähr so ja das habe ich eigentlich schon wieder noch ein Leben das ist total zum kotzen oh mein Gott 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 hallo ja es tut mir leid ich verstehe es gerade auch überhaupt nicht echt ich hasse dich ich kann nichts dafür nö ich kann wirklich nichts dafür ich werde ja die ganze Zeit nur runter geschossen komm wir müssen diesen typen schafft vielleicht danach ein Checkpoint komm wirklich ey es tut mir leid aber ich verstehe es auch immer wird dann immer nach oben gespawnt und so bitte lass hier einfach ein Checkpoint sein oh hier Tiberius